Was ist denn hier passiert? Wie sieht es denn hier aus? Oh, ja, hallo, meine lieben kleinen Micropfölfe, ich bin's wieder in etwas neuem Design, euer lieber Cooper, der kleine Gaming-Wolf. Wir sind in meiner Welt von, ja, Extreme Survival Raft und, ja, ich hab ein neues Texturpaket drin, was ich richtig nice finde. Ähm, ja, deswegen hat sich hier so ein bisschen was verändert, da hab ich mir gedacht, ich mach euch auch heute mal eine kleine Special-Folge und bin mal wieder da, obwohl ich eigentlich da gar nicht da bin. Hast du das denn gemacht? Nö. Stört das den Wolf? Nö. Aber, daher, genau, ich wollte mir halt mal mit euch dieses Texturpaket ansehen und ich glaub, ich werd das auch wieder behalten. Dann guckt euch mal an, was für Süßlis hier jetzt meine Schweinis sind. Ja, ist ja gut, okay. Oh, du hast auch, ach, du bist, äh, Schwien-J-A-J-A, ne? Schwien, was sagst du eigentlich zu Schwien-J-A-J-A? Ja, das weiß ich auch nicht so genau, was der sich dabei gedacht hat, aber, naja, äh, ich hab ja noch einen Name-Tank, ich, wir, wir, den, den können wir nachher nochmal benennen. Ja, ist gut, okay. Wir sehen uns später, wie der, äh, Leute, äh, meine kleinen Schweinchen, es gibt erst, genau. Zack, zack, du kriegst erst mal was. Ne, 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 noch jemanden fütter ich jetzt nicht, das könnt ihr knicken. Denn, äh, ich will ja nicht hier noch mehr Schweine haben, das wird ja eh schon viel zu voll hier. Ne, aber was ich ja eigentlich jetzt machen wollte, äh, erst mal hier runter. So, dann müssen wir hier zu unseren Öfen. Hier drin ist noch ein bisschen schicki, Da packen wir jetzt erst mal das Gold rein, das ich, äh, Oh. Zack, 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 hier haben wir noch ein bisschen Fischi drin. Das muss noch alles durchgebackelt werden. Äh, oh, hier haben wir schon Gold. Äh, hier haben wir noch meine schönen Dias. Äh, richtig nice, ne? Ähm, aber ich hatte doch auch noch, genau, da hatte ich noch ganz viel Eisen, das wollte ich nämlich auch noch schmelzen. Und, ja, äh, dann würde ich sagen, muss ich hier mal, ich muss mir hier auch irgendwo noch mal ein vernünftiges Lagersystem überlegen, ne? Habe ich noch genug Holz? Ja, dann gucken wir doch mal, zack. Bin hier ja ein bisschen überfüllt, aber wir machen mir mal ein paar Zack, 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 zack. Kistis, zack, so. Ich weiß zwar nicht, ob ich so viele brauche und dann fangen wir hier. Ja, heute ist denn unsere Mission, wartet mal, unsere Mission ist Stein, ich dachte in, grad, hä? Oh, die Steinspitzhacke sieht aber komisch aus. Das hätte ich jetzt eben gerade als, äh, Gartenhacke da, äh, identifiziert. Oh, okay, okay. Äh, ich muss auch gucken, dass sich meine Steinspitzhacke, äh, meine Eisenspitzhacke wieder repariert und, ja. Gut, okay, nichtsdestotrotz, wir gehen hier erstmal raus, zack. Und ich hab mir gedacht, äh, ja, für Lager würde sich glaube ich hier ganz gut eignen, oder? Wir nehmen das hier mal ein bisschen weg, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und dann, kann ich hier oben aufbuddeln, oder ist da oben denn schon vorbei? Nee, ich kann hier noch ein bisschen aufbuddeln. Gut, machen wir das so, so. So. Und so. 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 Und so. Jetzt ist die Frage, habe ich jetzt überhaupt genug von diesen Steinen dabei? Nein, natürlich nicht. Äh. Wieso? Weg damit. So. Ich hab Wichtiges zu tun. Ich muss noch was holen. Und zwar, ich hatte doch hier irgendwo von den gekrömmelten Steinen, hatte ich doch noch welche, oder? Jo. Äh, bäb. Packen wir hier rein. Die packen wir dann erstmal hier da ein. Die packen wir auch hier rein. Ich glaub, das reicht, wenn ich davon einmal dabei hab. So. Dann laufen wir schnell wieder zurück, um das ganz hier schön hier zu bauen. Äh. Und dann machen wir das wie folgen. Wir bauen. Zapp. 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 Nee, wartet mal. Hier habe ich jetzt was falsch gemacht. Ah. Zapp. 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 Bin mal wieder zu durselig. So. Dann haben wir das so. Dann wollte ich jetzt die hier haben. Und zwar. Dann wollte ich mal. Zack. Zack. Und damit sich das auch öffnen kann. Zack. Bäm. Bäm. Äh. Bei Gelegenheit kann ich hier vielleicht irgendwie nochmal da und da ein Schild platzieren. Was wo drin ist. So. Hier machen wir jetzt. Erstmal. Zack. Erze. Äh. Jetzt wollte ich erstmal noch drin halten. Kohle. Also alles an Ressourcen. Redstone passte auch gut rein. Und oben wollte ich denn alles irgendwie an Blöcken machen. Sticks gehören nicht dazu. Zack. 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 Erde behalte ich jetzt erstmal drin, weil ich damit glaube ich noch was vor habe. So. Kistis packe ich hier erstmal hin. Joa. Dann würde ich sagen. Den habe ich hier schon mal, weil es ganz gut ist. Hier kommen ja sowas wie Zauberbücher und sowas rein. Habe ich jetzt gerade nicht mehr im Gepäck. Ähm. Es ist ein bisschen dunkli geworden, ne? Kann ich mich jetzt raustrauen? Oh. Oh. Hier liegen Steinis. Wieso liegen hier Steinis? Ah. Wartet mal. Ist das? Wartet mal. Dann mache ich das so, so. So. Das wird hier nämlich dann schön zuwachsen. Und dann sieht das doch ganz schicki aus. Äh. Dann kann ich auch wieder nach drinnen gehen. Zack. So. Bapp. Bapp. Joa. Dann bin ich doch schon mal ganz zufrieden. So. Dann. Wollte ich nämlich noch was machen. Und zwar. Mist. Wollte ich ja mal einen Zaubertisch machen. Allerdings gibt es da ein kleines Problem. Ich habe mir von unten keinen Obsidian mitgenommen. Problematik Nummer Uno. Äh. Ne. Du bist kein Block. Du kannst hier bleiben. Ähm. 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 Und zum Anderen. Sehe ich gerade. Ich habe noch gar kein Leder. Ich glaube. Ich muss mal ein paar Kühe kitzeln gehen demnächst. Uiuiuiui. Okay. Dann können wir das schon mal nicht machen. Aber was wir denn jetzt eben machen. Zack. Zack. Ist. Äh. eine Dia-Spitzhacke. Die will ich denn brauchen. Bäm bäm. Um uns mal aus unserer Mine da hinten. Äh. Obsidian zu holen. Und ja. Äh. Gut. Das sollten wir denn die Tage mal machen. Äh. Das heißt doch noch mal eine Mining-Folge. Oder wie. Obwohl. Eigentlich so lange. Äh. Sollten wir dafür nicht brauchen. Ich würde sagen. Ich mache das wie folgt. Ich habe gerade mein Holz weggepackt. Oder? Ich bin so ein Nappel manchmal. Echt. Das geht es nicht. Ähm. So. Was? Wieso? Hä? Wo ist denn mein ganzes... Wieso habe ich nur noch ein? Achso. Ja stimmt. Ich habe ja die ganzen Kisten gemacht. Äh. Bam 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 bam. Okay. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja gut. Dann machen wir das doch ein bisschen anders als ich gerade geplant habe. Wir gehen jetzt einmal kurz. So. Und nun Leute. Gehen wir einmal schnell in die Höhle. Wir holen schon mal ein bisschen Obsidian. Dann gucken wir mal ob wir auf dem Rückweg auch noch ein bisschen. was an Hühn finden. Wupp, wupp, autsch. So, damit sind wir wieder hier an unserem Höhleneingang, können hier wieder runtergehen. Und im Grunde genommen haben wir auch jetzt nichts anderes vor, als nur ein bisschen Obsidian zu holen. Drei Stück, glaube ich, brauche ich, ne? Bäm, 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 bäm. Ähm. Ja, mittlerweile habe ich es gecheckt, wie es hier lang geht und kriege den Weg auch ganz gut hin. Düp, 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 düp. Da geht es nicht runter. Also zumindest nicht dahin, wo ich schon mal war, sondern hier lang. Hier müssen wir an dem schönen Wasserfall vorbei, hier an der Pilz vorbei. Da geht es hier nämlich runter. Wer grunzt mich hier schon wieder an? Wer besitzt diese Frechheit? Ganz ehrlich, Leute, ich habe hier doch alles ausgeleuchtet. Aber wo ist jetzt mein... Da ist mein Obsidian. Das wollte ich doch haben. Jetzt ist nur die Frage. Ähm. Wie war das? Mist, jetzt ist hier unter ausgerechnet auch noch... Mist, habe ich den? Ja, ein Obsidian habe ich schon mal. Nein! Okay, ich versuche es mal anders. So, ich habe meine drei Obsidian. Allerdings sorge ich jetzt mal dafür, dass hier gleich ganz schnell wieder dicht ist. So, dann können wir jetzt auch wieder hoch. Ähm. Und dann müssen wir noch auf Kuhjagd gehen. Oh, da habe ich es endlich rausgeschafft. Da gebe ich eben noch so großartig an. Und dann stelle ich mich an wie ein kleiner Dusselwolf schon wieder. Das ist mal wieder so typisch für mich. Egal. Wir müssen jetzt einmal schnell nach Hause laufen. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo noch Kühe finden. Wartet mal. Ich glaube, ich mache das mal anders. Äh. Ich versuche mal... Ne. Das ist eine dumme Idee. Das ist eine dumme Idee. Da verlaufe ich mich nur wieder. Wir gehen meine Nummer ein. So, damit sind wir wieder bei meinem schönen Zuhause. Und jetzt brauchen wir irgendwie noch Kühe. Oh, da haben wir Kuhnummer 1. Habe ich Leder bekommen? Äh. Nö. Verdammt. Vielleicht hätte ich die Kuh erst mal züchten sollen. Habe ich überhaupt Weizen eingebaut, dass ich Kühe anlocken könnte? Mann. Oh, hier ist ein Lama. Lama nicht auch wieder? Das Lama nicht. Ähm. Aber hier haben wir zumindest schon mal Zuckerrohr. Damit wir demnächst auch, äh, Zucker machen können. Beziehungsweise Blätter machen können. Wartet mal. Ich habe hier eben gerade was gesehen. Hallo, Spinni. Ne, dich brauche ich nicht. Alter. Du willst Stress, wa? Du willst Stress, wa? Herz da haben. Tschüssi, jetzt verbrennst du. Bäm, weg bist du. So. Hab mir zu lange gedauert. Äh, aber ich hab... Wartet mal. Ja gut, ich muss noch, ich muss auf jeden Fall noch Weizen anbauen. Das steht schon mal fest. Ich brauche Samen. Äh. Äh, von den Villagern waren auf jeden Fall Kühe. Und die könnte ich denn ja hochzüchten. Ich glaube, die hatten die sogar... Äh, also der Richtung in dem Dorf. Da weiß ich das auf jeden Fall. Und die hatten die, glaube ich, sogar in einem Gehege. Könnte ich denn mal demnächst einmal hingehen. Und, äh, ja, ein bisschen hochzüchten. Ähm, so, äh, wie viel habe ich jetzt? Sieben, sieben, sieben. Sollte das erstmal reichen. Klingt auf jeden Fall gut. Ich gehe jetzt einmal schnell nach Hause. So, da sind wir denn nämlich auch schon. Ich merke schon, es wird dunkel. Aber das macht nichts. Wir müssen trotzdem einmal gleich schnell. Ich muss mich meine Hacke einmal holen. Und... Die dürfte hier drin sein. Das ist die. So, mit der... Die tun wir erstmal hier rein. So, als Ersatz. Äh, dann nochmal schnell runter. Den würde mich schon häufig genug benutzen. Döp, 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 döp. So, einmal schnell hier hingehen. Und... Ach, du Schreck. Äh, ja. Aber wir machen das jetzt anders. So, ich mache hier zack, zack. Ich habe ja da... Äh, auch noch Karotten. Äh, das heißt, jetzt haben wir hier ein bisschen Karotten geerntet. Dann machen wir hier jetzt die... Hey, jetzt die Hacke gar nicht gebraucht. Habe ich jetzt den Weg umsonst da rum gemacht. So, ich haue hier jetzt erstmal rein. Äh, ich weiß nicht. So viel brauche ich ja, glaube ich nicht. Ich kann hier zwar nochmal zack wegnehmen. Äh, ja. So, zack, sammle ich alles nochmal ein. Ähm, und dann mache ich hier nämlich so eine Weizenlinie hin. Äh, wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir jetzt ja nochmal schnell hier ein paar raus. Zack, 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 zack. Ah, so, 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 so. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Ich glaube, ja. Jupp, hat gereicht. Oha, gerade so. Mann, das war... Das nimmt man Timing. Äh, nee, nicht Timing. Das nimmt man... Gute Schätzung, würde ich sagen. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen aber jetzt auch mal rein nach Hause, weil hier sind Spinnen. Da hinten habe ich schon Skelette gesehen. Äh, bevor hier noch anderes Gefieß auch taucht und mir vielleicht noch ans Leder will. Oder an die Eisenrüstung. Ans Wolfsfell oder wie auch immer. Dürft ihr euch aussuchen wie... Äh, so. Puh, so, wir haben es geschafft. Ähm, ja. So, äh, das war jetzt so eine kleine Zwischendurch-Special-Folge. Meine Frage an euch ist, wie gefällt euch dieses Texturpaket? Sieht doch nice aus, oder? Äh, ich hoffe, es gefällt euch jedenfalls. Ich finde es nämlich richtig spitze. Und, ja, ich wollte euch das hier mal ein bisschen zeigen. Und, äh, auch schon mal wieder ein bisschen vorbereiten. Und euch dabei mitnehmen, wie es, äh, für Zaubertisch, etc. Hier demnächst auch ein bisschen aufgeräumter sein soll. Und blablabla. Ich rede schon wieder viel zu viel. Wisst ihr was? Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich, äh, ja. Würde sagen, ihr liked das Video noch, wenn es euch gefallen hat. Äh, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu Final Fantasy. Und, ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Wir haben ja heute den guten Freitag. Und, ja, abonniere noch meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann, blablabla noch sein. Au! Bye, bye.